Und da sind wir. Wir haben es geschafft, wir haben das Schwert wieder. Verdammt, ich bin kurzsichtig. Keine Essen überhaupt? Dort ist sie! Ewel! Hm? Was ist denn das da? Hm? Oh! Juhu, ich schaffe sie wieder! Hallo! Äh, sind meine Hose? Nein. Ich hör was, grosse Schwingen. Wie kommt der hier rein? Komm! Äh, linkt sie dann Schwert. Komm! Mit einmal gesnackt. Das gibt's doch nicht! Den ganzen Weg umsonst. Und jetzt. Sehen wir ihn. Zumindest ein bisschen. Da steht er. Wir kennen ihn alle. Der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Ne, Moment. Auseinander. Der Arsch vom Dienst. Schmeiss ihn weg. Okay, Boss. Der ist doch wahnsinnig! Ohne Fass, ich werde ersaufen! Die Inkarnation des Bösen. Äh, muss das sein. Es ist nachts. Wieso schwimme ich jetzt hier? Äh. Bin ich? Bin ich? Bin ich? Michael! 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 Wach auf, Michael! Äh. Was schon morgen? Jetzt hat es das Frühstück. Komm zu dir, Michael! Ich bin noch ein bisschen Penis noch so früh. Äh. Äh. Okay. Äh. So, wie sieht's denn aus? Alles Tutti, alles Quanti. Äh. Wo bin ich denn überhaupt? Hm? Droht das Boot? Willst du dir bei Bewusstsein? Hä? Was kratzt du denn da? Äh! Schwer für mich rief als ich dachte! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Und lacht sich schreckig her, als gäbe es kein Morgen mehr. Haben dich erschreckt? Ja, ein bisschen schon. Auch in unserer weiten Welt ist ein entsprechendes Schiff. Alles andere als deine Alltäglichkeit. Ja. Dankeschön. Genau genommen bin ich sogar das Einzige dieser Art. Wer würde da uns nicht erschrecken? Wieso fragst du denn so blöd? Ich bin der rote neuen König. Ja, servus. Ich bin Michael. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite. Hm. Soll ich dir glauben? Ja. Ich hab alles im Dank gesehen, wie du zu verwunschst, was du dir und aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Äh. Ja. Das hast du aus der Entfernung. Ist klar. Ich hab große Achtung von deiner Leine, zu deiner Liebe, zu deiner Schwester, und von deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut. Aber... Das hat's unüberlegt. Äh. Pourquoi? Du hast ihn doch auch gesehen. Diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befriedigt hat. Also ich weiss nicht, wie es im Original war, Freund. Ob es dort wirklich ein Schatten war. Aber hier... Ein Schatten? Nö. War eher so... Naja. Ein grosser breiter Kerl mit einem grossen Wampen. Naja. das war ein Arsch sein Name ist Ganondorf oh ja, den kennen ihn alle die Inkarnation des Todbringens aus Galward Sword der gleiche Ganondorf wie auch in Twilight Princess oder auch in Ocarina of Time er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante die Welt auf ewig in eine finstere Niederhöhle zu verwandeln bevor er schliesslich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde äh, wieso ist eigentlich die Musik so normal, weil nicht im Original ein bisschen unheimlicher der Gebiet der Niederhöhlen aus der Legende es ist Jena Ganondorf ich weiss nicht wieso das Bandsiegel der Götter versagt hat aber jetzt, da wieder auferstanden ist wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht ist doch immer so nicht ganz, ja klar, links sitzt er so wie in der Geschichtsstunde übrigens Michael, hast du noch immer ernstlich vor dein Schwest zu retten? ein Logo du würdest tatsächlich jegliche, äh, Unbill dafür auf dich... wer sagt denn heute noch Unbill? darf ich auf dich nehmen, sagst du? jep, 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 äh, dreimal jep verstehe dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast, wohin du gehen musst das Landorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezogen werden schon gar nicht durch die einen so kleinen wie dir äh, sorry, aber der Sockwinn auf Teil war nicht viel grösser na gut, nachher schon, aber es ist ein anderes Thema damit du mit den Kräften im Moment eine langen Schock und starbärzenreiche Reise erlangen wirst kannst du ihn besiegen also, ob er bereits wissen wird, was wir alles brauchen, was bekommen und, hast du mir verstanden? ja, irgendwie schon dann wollen wir uns gleich zur Segel setzen und aufs große, weite Meer hinausfahren da gibt es noch ein Glitzflanzproblem äh, ja ist mir ja wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest wie ist der Bildschirm von, äh, ohne Segel von der verwundeten Bastion hierher gekommen und kann uns auflesen und, äh, hä? ein Rätsel ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große, weite Meer und das verstehst du von Stefan natürlich auch, oder, Kleiner? ja, schon diese Insel, die weit öster aus der verwundeten Bastion liegt ist ein Umschlagplatz für alle denklichen Güter und Treffpunkte vieler Händler wenn du kein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwerfallen ein Segel aufzutreiben meinst du, ich darf dich also bitten, deinen Segel für unsere Sache zu besorgen? naja, von mir aus auf dieser Handelsinsel leben die verschiedensten Menschen in solchen Orten kann man viele interessante Informationen aufschnappen vielleicht auch Dinge, die später noch einmal wichtig für uns werden aber im Keinsten für einen gemütlichen Landurlaub sobald du mit deinem Versorgung fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück naja, unverzüglich und so, blablabla tja liebe Freunde, äh, der rote neuen König unsere neue Navi, unsere neue Fein äh, Tire, oder äh, wer war noch? Entweder Prinzess äh, weiß gerade den Namen nicht mehr, ist egal Portemonnaie was, meine Brieftasche? Nee ja die unterschiedlichsten Menschen, willkommen auf Portemonnaie ja, geht's, nicht gut, hab ich mal einen Stuhl und so? ach ne, nicht mehr Skyward Sword was willst du, wir sind gerade sehr beschäftigt nur weil wir so unwiderstehlich süss sind weiß nicht, dass wir gleich von jedem angesprochen werden wollen oder gestabt werden wollen äh, nach Schokolade sieht aber nicht aus egal wer ist denn das hier? hu! ich flehe die Hand, bitte junger Mann, bitte 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 du musst mich mal bitte anhören wo drückt der Schuh? ach, lass mir in Ruhe sonst gebe ich dir einen Schuh klasse rein, wa? äh, meine über alles geliebte und einzige Tochter ich weiß nicht, wie es geht, ja, ja, versuch's ne Rolle, juhu du, 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 du so, wer bist du denn? hu, ich hab mir kurz schon ein paar Schweine gekauft ganz total genutzt danach nur diese seltenen schwarzgefleckten natürlich brauchen die viel auslaufen um auch was von der guten Meeresluft zu haben und macht man sich dann schon so seine Sorgen um die Kleinen ja, irgendwie schon, wa? hm ja, sie sind ja überall verstreute die Kleinen die Kleinen raksen haben wir mal ein paar Fangen davon Schweinchen ich hab Bock auf Schweinefleisch oh, das gibt's doch nicht, ne? ja, doch, das geht schon guck mal, hier ist eins äh kein Tresse ja, schade man kann die Schweine auch angreifen, Leute aber ich würde es doch nicht empfehlen ich weiss nicht, was ich jetzt davon halten soll so, dann hat's ja hinten noch etwas ein Bomben-Shop, Leute da können wir theoretisch Bomben kaufen, können wir später auch wir können es theoretisch dann jetzt, aber naja, wenn wir es bezahlen können das ist ein kleines Problem da bist du im Bombenladen so, guck dir das aus dem Land 10 Stück, 10.000 Rubinen so viel kriegen wir gar nicht in die Bomben Alter, so viel kriegen wir gar nicht in die Rubintasche also sie sprechen in die Geldbörse niemals Wucherpreise, Wucher tja, aber ihr könnt das leisten, ihr ist der Einzige hier das wisst ihr ja die Nachfrage bestimmt den Preis ist leider immer noch so was heisst leider hallo, nein, wo ist meine Tochter Hilfe und das gleiche mit dem so, kann ich auch zertrümmern hier ein Fufi, sehr schön der bist du? den haben wir noch nie gesehen bislang ein Tourist oder so wenn wir zum Spaziergang machen Portemonnaie mag es eigentlich besonders gross sein aber hier pulsiert wirklich das Leben schließlich kommen hier Menschen aus der ganzen Welt zusammen ist doch geil, oder? ja, macht mir Freude machen wir auch sind uns noch viel Freude bereiten, Freundin hier werden wir noch sehr oft vorbeikommen äh, sag nur Elvis für Arme tja sowas wohl auch nicht, was ich auch probiere stimmt einfach nicht, man yo, yo, yo oh, wir unempfeln hier was auch vertiefen meinen Tanz, da würde ich gar nichts übersehen mein Lieber ich bin Tira Volta tanzen mir wichtiger als dreimal ein Tag das sind klare Prioritäten alles klar und eines Tages hätte ich ein Star sein yo, man ungeplaudert eins, zwei und eins, zwei, drei und weisst du vor langer Zeit habe ich mal jemanden getroffen der konnte doch tatsächlich mit seinem magischen Tanz den Tag zu nachten und die Nacht zum Tag machen den Tanz kann ich mir auch einermassen reden aber der Rhythmus mir nicht empfallen sag mein Lieber hast du vielleicht einen Rhythmus im Blut? naja jetzt haben wir nicht den Trottel so weil das Lied dafür da gibt es eins von Tag und Nacht und so das lernen wir aber eher später ja, alles ein bisschen später ich weiss ich habe gesagt Pop und Ne werden wir noch oft vorbeikommen und hier müsst ihr glaube ich unser guter alter Kumpel Tingle sein von früher ah, da ist er ja Tingle ein grünes Gemann wie meines also ein grüner Hut bist du etwa eine Fee neben Juliano hui du hast bestimmt meine telepathischen Botschaft empfangen und bist zu meiner Rettung geheilt oder? oder? äh du brauchst nichts zu sagen Tingle weiss auch so Bescheid Tingle weiss Bescheid mein Name ist Tingle äh hätte ich nicht gedacht mein grösster Wunsch ist es eine Fee zu werden und ich war die ganze Zeit über auf der Suche nach euch nach euch? die da doppelt? aber irgendwelchen Leuten habe ich wohl nicht gepasst ich wurde in dieses Gefängnis gesteckt eine Respektlosigkeit Herr Fee du musst mich selber freuen dann vollbringen aber man braucht einen Schlüssel dazu wo ist denn der? äh der Schlüssel äh oh ach so wa? werfen geht auch kann ich da rauf? komm schon Link geht doch zack Tür auf äh so einfach du 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 hm ui ui ich danke dir ich danke dir ich danke dir das war dich ein Geschenk das von Herzen kommt tingel tingel Meer und Sand ein Item ist in meiner Hand wow da ist der Poet die erste Wahl die tingel Flasche bekommen schrei mir wörs Nachrichten steck sie in die Flasche und stellen sie an Leute die du noch gar nicht kennst die Leute oh verdammt geht gar nicht nein hä was ist das wörs ist denn so mhm was muss man machen naja das ist ganz so cool äh äh du weißt wo du mich findest ja tingel verdammt Leute das ist verdammt was wichtig ist vergessen Herr Fede wills ersicht zu meiner Insel kommen oder 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 tingels karten bekommen wofür ist wohl die gute karte ja können wir uns anschauen weil die auf dem Meer sind kann Bildschirm tingel einfach äh vergiss das nicht einfach mich fragen ja ja denn darum werden später tingel noch sehr oft um Hilfe fragen müssen wenn noch mehr Spass und dann eine tingelflasche haben möchtest nimm die Rückwand in der Zelle mal genauso und in die Lupe äh pourquoi hallo sprich mir äh du kannst dich über das Miiverse Flaschenpost verschicken ja äh verdammt verdammt ich hab das Teil gar nicht aktiviert ne wisst du was Leute mal ganz kurz Moment ganz kurz warten ich bin gleich wieder da ach das ist ja mann das gibt's ja nicht so wo ist jetzt ah upp tschuldigung tschuldigung hört ihr mich noch nö ah so gleich wieder da so bin ich wieder da äh es ist nämlich so meine Wii U nach den meisten meiner Konsolen hab ich halt über WLAN hintendang geschlossen soweit klar WLAN klappt bei mir im Zimmer über meinen DEVOLO das ist halt so ein DLAN Stecker also sprich Netzstecker man kann ja sagen Powerline also sprich halt Netzwerk über Strom ja das geht und ja am Anfang kann es den anständiger zu ändern ist die Flasche von mir wie erst erhalten von jedem von nur Freunden hm jetzt die Frage war von neun von Freunden weißt du was wir machen mal nur von Freunden äh von Freunden genau ich hab ja müsste glaube ich eine Beschreibung des Videos sein da steht dann auch meine jeweilige Network ID von mir aus halt sprich da ich jetzt mittlerweile wieder zwei Videos habe aber es hat natürlich auch beide äh Network ID ist reingeschrieben sprich Michael Essayen ganz normal und Michael Essayen 88 wo ich gerade aktuell zocke ein Spoiler erhalten ja klar ich kenne das Spiel ja von dem ihr kennt es ja nicht und ähhh ja doch komm für alle offen für alle offen von niemandem von jedem ähm ähm naja ist ein bisschen Flaschen mir was erhalten nur von Freunden kann man das doch so genau könnt ihr mir da Freundesnachrichten schicken ich zocke hier gerade äh Legend of Zelda Windwaker HD zocke ich auf meiner weissen View sprich ich heisse ich halt Michael Essayen 88 sprich wenn ihr wollt euch eure Nachrichten hier vorlesen müsst ihr halt mich da halt im Mieverse adden und so und das merkt aber euch auch und dann könnt ihr mir halt so Nachrichten schicken so kann ich mir eine Flasche gefunden es wurden schon mehr nach innen ja das ist aber klar Flaschen alles klar gut äh hätten wir das auch geklärt gerade aktiviert damit ich gleich noch eine Nachricht schicken kann oder vielleicht klappt das auch so den hat das gesagt von wegen ich soll was untersuchen da unten hab's gesehen da ist ein blauer Rubin gewesen haha meinem geldgierigen Auge geht doch gar nix so was denn hier los äh Link das war jetzt ein bisschen unpraktisch ja wieso wieso einfach wenn es kompliziert geht am Pressen an die Wand ist natürlich auch klar so mal gucken geht eigentlich auch Ego Perspektive geht gerade nicht wa hm doof kann ich sich auch irgendwie einstellen wo komme ich denn jetzt hier lang das war ja so verwickelt und alles ach ne bitte nicht nicht so eine dreckige Maus verdammt verdammt und das nur weil ich keine Ego Perspektive habe ja hallo was machst du denn hier nix wollt mich ein bisschen erholen das war ein kurzer Abstecher ne Moment mal das mach ich noch das mach ich noch ich will wissen was da drin ist Freunde bevor wir hier den Part beenden und dann will ich noch eine Nachricht schicken damit ihr auch wisst äh ja wo ich gerade bin und so können wir in den Mie-Würstern gucken ist hier alles picobello ja ist natürlich wieder weg war ja klar komm na so du musst doch gehen hier Ego Perspektive und so aha Duckenlink so jetzt kann ich das irgendwie einstellen Ego Ansicht Standard oben und unten umkehren Standard geht nicht nur noch oben und für die R ah R ist es geht ja gar nicht wieso geht das nicht Moment mal das muss doch irgendwie gehen hä gibt es so auch nicht ok äh was soll das hallo Ego Perspektive oder was vergessen oder so oder was sehen Ansicht Standard ne das stimmt schon hä der Ego Perspektive um ah ich muss drauf drücken ja komm ja da muss erst mal anderen drauf kommen Leute auf eher drauf drücken ok ok so jetzt sehe ich es erwähnt schon dass da was ist so weiter blau da sehe ich wieder so eine Falltreppe sieht es da links ja da ist wieder so eine so geht es da lang und möglichst bis ans Ende wenn es geht so nochmal weiter da ist links schon wieder so eins so eine dreckige Feldtüre naa und da haben wir es Freunde ist es bereits unser erstes Herzteil oder was die Flasche ich weiss gar nicht mehr in was war es in der Art zumindest und es ist komm schon das muss die Flasche sein oder das ist ein Herzteil was ist das es ist die Fotobox verdammte was heißt verdammt nein das ist ja geil geil Fotobox kann ich per Miver schicken das meinte stimmt aber ja hier ah wo kommen die erste Flasche rüber Leute ich brauche mal eine Flasche also wo ich den ersten Tempel gehe brauche ich drinnen eine Flasche sonst habe ich hier ein kleines Problem he 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 hallo geh hier lang he he und Abflug geh baden du Arschgesicht so jetzt muss es sein natürlich kommen wir immer im gleichen Ort raus ist klar hier sind wir wieder auch nichts mir geht es nicht gut man sieht schon so wird es Zeit für unsere Items hier ich habe doch hier was mit R noch genau mache ich das auf R und hier auf X gut ein schönes Bild schiessen wo habe ich eine schöne Aussicht eigentlich da oben genau mache ich das ganz kurz und dann schicke ich die Flaschenpost ins Miver's Universum seht ihr das alle und ja kann man es jetzt mal schreiben und so dann lesst das immer gerne vor mir am Let's Play wenn ihr das halt so wollt so Foto äh ich habe eine schöne Aussicht aber Trottel nee geht doch nicht mann ich brauche einen besseren ausser ich das geht ah das geht gehen bis zu nah heran na gut das erste Foto war zack geschossen äh ja gerne nicht gut es geht hey doch so jetzt die Tingerflasche wie geht denn jetzt genau hm wir wollen das Wii U Gamepad zur Steuerung das war ja irgendwie klar wenn wir ganz kurz das Gamepad holen geht alter äh wo ist das jetzt ah hier ja seht schon seht schon das Gamepad zur Steuerung ist ja Logo so Portemonnaie äh Portemonnaie steht hier äh Link also sehen wir da alles klar dann mache ich jetzt hier mal ein Smiley Face he he und klicken mal rein äh hm was schreibe ich jetzt hier hier schreibe mal bin in äh bin in der Brieftasche ne bin auf Port Monee ich glaube der Part wird ein bisschen länger Leute aber ist ja kein Problem Portemonnaie komm mal irgendwann machen wir es anders machen wir es anders äh bin auf Portemonnaie mache jetzt mal ein Minus und schreibe dann Stop ja machen wir es ein bisschen Stop mässig Stop so wo kann ich jetzt hier äh Zellnerbruch machen Zellnerbruch wo ist der da geht nichts äh ist egal machen wir es halt anders äh Stop brauche Herzen ja sehr sehr zu an ich bin ja selber schuld brauche Herzen wieder raus und klick dann wieder auf Stop und schreibe dann grüße kommt das Ü ja das Ü ist da sehr schön grüße egal nicht ich weiss euer Michael äh nochmal mit einem kleinen Stop wenn ich bitten darf und Stop wunderbar so hätten wir das äh noch ein Bild dazu kann ich das überhaupt so schicken glaub nicht wa hm mach ich mal ganz kurz ich hab hier was gefunden geht das eventuell nö können wir zeichnen aber sonst was geht nicht egal so Text haben wir ich schick's mal ab wa ja fast die Inhalte wird nun gesendet soll er spoilern und dann haben wir ne hat er nicht gut absenden bitte warten bitte warten bitte warten nein weisst du musst du das Miiverse gestaltet haben mal ein bisschen nein Ach das ist doch das Miiverse im Homemenü und gibt die Nutzeninformationen ein. Nein, das ist doch kacke. Leute, wir müssen es mit dem nächsten Part machen. Wir müssen nämlich das Miiverse stellen. Das muss ich im Homemenü machen. Sprich müsst ihr die Aufnahme beenden und so. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sprich, ich mache es halt den nächsten Part. Sorry dafür. Egal. Kann ich jetzt bitte wieder raus. Und wenn ihr das Gamepad nehmt bitte zurück mit B. Tja, scheimgescheister. Wie gesagt, machen wir halt ein anderes Mal. Dann hoffen wir euch mit ein paar Herzen mehr. Dann dachte ich das sowieso gut, so wie es ist. Und ja, Freunde. Das war's in diesem Part hier mit. The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ich weiß, Link, bist du ein bisschen erschöpft und so. Im nächsten Part werden wir uns dann ein bisschen umsehen. Ich glaube sogar ein Herzteil finden. Eventuell eine Flasche hoch zumindest um uns zu regenerieren. Und ja. Wird schon alles einen Lauf nehmen. Aber zumindest. Link, was sagst du? Hä? Hä? Du bist kacke. Ja, ich weiss. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen. Äh, Link? Hä? Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.